Servus und zu guter Letzt gibt es noch einen Überblick von Oman vom Balkon aus über den ganzen Weg, weil jetzt der dann ausschaut. Also ich finde der ist gigantisch bombastisch geworden. Nach unten zoomen, dann noch etwas Sicht, das alles ein wenig verummen. Einwandfrei. Das Asnumel, wo es noch da dran ist, die Kleinigkeiten, die Randgestaltung, das muss ich dann noch selber machen. In den nächsten Wochen oder Tagen oder Monaten, je nachdem wo ich dazukomme. Guten Abend, Haberdere, bis demnächst aus Eschenfelden.